Der unsichtbaren Gefahr verschiedenster Gifte sind wir ständig ausgesetzt. Umweltgifte durch Industrie und Verkehr, wie Schwermetalle, Pflanzenschutzmittel und Abgase. Gifte in Nahrungsmitteln wie Arsen, Aspartam, Aluminium, Fluoride und hunderte mehr. Vergiftetes Trinkwasser durch verseuchtes Grundwasser, Medikamentenrückstände, Chemikalien von Körperpflegemitteln. Gifte im Wohnraum, am Arbeitsplatz, in der Kleidung, in der Reinigungsmittel und viele mehr. Schätzungen zufolge befinden sich etwa 100.000 verschiedene Chemikalien in Alltagsprodukten. Wie kannst du dich vor Vergiftung schützen? Finde mit dem kostenlosen Giftbelastungstest in 4 Minuten heraus, wie stark dein Körper durch Alltagskifte belastet ist und erhalte eine Anleitung zur effektiven Körperentgiftung.